Moin Leute, willkommen zu einer neuen Reaktion auf meinem Kanal. Heute schauen wir, Trimax ist immer noch nicht süchtig, Twitch am Limit-Hashtag 23. Das Wasser schmeckt so scheiße. Ist das, wo er was Scharfes gegessen hat? Ja. Ah, 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 ah. So, der kippt den hab ich auch schon gesehen. Perfekt, und guckt euch mal hier diesen Kühlschrank am Hintergrund an, das ist wirklich optimal. Haben wir ganz normal bekommen, ne? Ja, ich freu mich auch schon wieder auf Tommy, der da gefühlt so 7 bis 19 von trinken wird pro Tag. Das war in der Beach-Liga, war das immer so geil. Immer die so, ach komm, wollen wir nicht nochmal ein und dann ging's los. Ich bin auch wieder kurz davor, da geht's auf, ne? Das war top. Perfekt. Ja, Cyrax. Das ist quasi Cyrax. Also mein Weißwein kostet immer 2,99 Euro, ich finde das ein ziemlich fairer Weißweinpreis. Obwohl man schon unterschiedlich auch schmeckt zu den 10 Euro Weinen, muss ich sagen. Aber, naja. Also kostet halt das 4-fache und das ist halt viel weniger in der Menge dann, ne? Platz. In meinem nagelneuen Racecar. Das fühlt sich an wie Schicksal. Wenn du mich fragst, ich hab keinen Plan, wohin wir grad fahren. Und wie kann man so gut aussehen wie du? Und warum ist es so schön, obwohl wir gar nichts tun? Das sind die Fragen, die ich mir stelle in der Nacht. Aber das ist eine ganz coole Line eigentlich. Das ist ganz cool. Und wie kann man so gut aussehen wie du? Und warum ist es so schön, obwohl wir gar nichts tun? Das sind die Fragen, die ich mir stelle in der Nacht. Und dann werde ich wach. Rap. Also wenn ich... Rap. Irgendwann mal in den Scope treffe. Ich weiß, was ich anziehe. Guter Outfit. Das wird der größte Trimex-Strudel, den ich je gesehen habe. Digga, das wird der größte Trimex-Strudel, den ich je gesehen habe. Digga. Ihr sitzt in eurem Zuhause, in eurer Wohnung. Kann ich das auch? Wer hat das gemacht? Ich möchte auch einen Antonia-Strudel machen gleich. Einfach die Facecam nehmen, im Stream ein Vollbild gehen. Und dann meinen eigenen Stream schauen. Immer mehr dazu machen. Seid grad was am Zocken, am Fernseher. Ihr habt übel Spaß. Ihr guckt einen Film. Ihr reagiert auf ein Video. Und einer kommt bei euch in die Haustür rein. So. Ihr kennt das Image-Chat zuhause, oder? Ihr reagiert auf ein Video. Macht ihr oft, ne? Dass ihr so zuhause sitzt und sagt so... Moin Leute, willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Heute schauen wir... Trimex ist immer noch nicht süchtig. Twitch am Limit-Hashtag 23. Wann kommt's hier auf Teams? Macht die Tür wieder zu. Was ist mit Monte? Was ist mit dem Haus? Kommt, habt ihr noch Pokémon? Den ganzen Tag bei euch? Den ganzen Tag. Den ganzen, 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 ganzen Tag. Wann kommt Mickey, Mickey? Ich hab überlegt, bei mir wird gar nicht so viel Nerviges geschrieben. Irgendwie. Was wird denn bei mir Nerviges geschrieben im Chat? Bei mir geht's eigentlich. Cringe. Cringe. Hält sich in Grenzen. Bei mir. Versteht ihr das? Stop. Viele von euch haben mir geschrieben. Ja, das was du mit Lil Peep fühlst, fühl ich bei... ähm... XX-Attention. XX-Attention. Bist du jetzt offiziell richtig? Ich würd sagen, nein. Halt's Maul! Das war die letzte! Drei Kartons leer. Drei Cases leer. Ein Drittel ist geschafft. Oder? Neun hattest du, ne? Ja, neun Stück. Dienstag... Dienstag... äh... Mo... äh... Ich glaub, der Stream ist down, oder? Ja. Ich glaub, der Stream ist down. Hey! Da ist doch der Typ von, äh... Finanzfluss. Oder der andere YouTube-Kanal. Das ist der Finanz-Typ. Ich weiß nicht, wofür F heißt. Fail, oder was? Nein, F. Geil, was? Der klärt nicht noch einer auf, oder wie läuft das hier? Kein Scherz. Naja, man kann schon sagen, dass F bisschen für Fail steht. Grob gesagt, kann man das so ein bisschen schon sagen. Ist jetzt nicht komplett falsch. Kevin war an unserer Schule der größte Fuckboy. Ich stehe bis heute noch auf dich. Weißt du noch, als du es mir auf der Klassenfahrt gemacht hast? Dieses Gefühl der Befriedigung werde ich nie vergessen. Da geht mir die Journal, bro! Weißt du noch, als du es mir auf der Klassenfahrt gemacht hast? Bro! Es gibt so ein Trash-TV vom ZDF. Die verbinden Trash-TV mit Deep Talk und Wertevermittlung. Also quasi mainstream. Das sind, äh, äh, Mädels im Wert von... Drei Lamos! Ja. Die 90% der Zuschauer sich fragen ist, wie lang ist dein Schwanz? Wir haben hier keine Termine mehr. Ist okay. Wir machen die Tage sauber. Ich war gerade ein bisschen schlecht dabei, mein Wasser runterzuschlucken, als ich das gesehen habe. Was ist das denn? Wie ist denn das möglich, dass da so viel Ranz in der Tastatur ist? Ich meine Tastatur jetzt auch nicht oft sauber, aber die sieht doch nicht so aus. Ist okay. Wir machen sie Tage sauber. Ne, ist nicht okay. Ist ranzig. Oiii, Maschallallah. Beauty? Die ist neu. Ja, Reverse Holo in Beauty. Ist gut. Die ist neu. Die finde ich auch geil, Digga. Die ist neu. Heute ist ein guter Tag. Wollen wir nicht machen, was ich mag? Goldkrone! Chat, möchte mich jemand aufklären, was dieses 8i ist, was da so drauf steht auf Sachen von Kevin. Orange Morange, da habe ich das schon öfter irgendwie gehört. Aber was heißt es denn? Und der Typ ist Kevin-Zuschauer oder wie? So was wie Bruder. Goldkrone! Sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter von 0175. Alter Maul. Oh, Digga. Ich dachte, oh mein Gott, Bro. Ich dachte, für eine Sekunde ist es wirklich sein Anrufbeantworter. Oh! Ich will euch was cooles zeigen, Chat. Was ich gerne lernen würde, aber nicht jetzt im Streamer. Ich will es euch trotzdem zeigen, was ich es gerne lernen würde. Baby, you my headlight. Nein. Das wollte ich euch nicht zeigen. Du bist ein bisschen schnippi schnappi. Ich erschrecke mich immer so. Jetzt gerade habe ich mich auch nicht erschrocken. Paula, geh mal kurz. Ja, mach doch einfach mal schnippi schnappi. Ach so? Ich mach mal kurz schnippi schnappi. Mach doch! Sie hat gedacht, auch auf der Kopf geschlafen? Sie guckt Trimax so. Sie guckt Trimax so unfassbar angeekelt. Als wäre das das Schlimmes, was er in seinem Leben gesehen hat. Das ist unangenehm, die sind ja alle nüchtern. Also nein, wenn ich so alt gewesen wäre wie die. Wenn ich so alt gewesen wäre wie die. Ja, du bist 28. Du bist 28. Revi, aus der Scheiße kommst du nicht mehr raus. Nein, du bist doppelt so alt. Du bist mehr als Top-Hate so alt. Wie du mal kein Konzept. Wie du mal kein Konzept. Wie du mal kein Konzept. Wie du ist die Kaninchen. Was? Nice. Revi reingeschissen, Alter. Revi, wir gerne bei der Jungs-Party. Du. Was? Was? Ich bin Tum unrest. Oh, ja.